Ja, und wegen dem neuen Käpt'n habe ich ja irgendwann nochmal angefangen, dann die Western-Serie zu gucken. Hell on Wheels? Hell on Wheels, genau. Vier Staffel lang, wie dreckige, stinkende Leute einfach Gleise verlegen und sich gegenseitig erschießen. Ja dann, können wir ja dann anfangen. Können wir machen. Ich bin ja durch mit Verantwortung heute. Hell in Space, so sagt man, wenn eine Supernova explodiert. Eigentlich sagt man das anders dazu, aber mit diesem billigen Körper kann ich das nicht aussprechen. Ich muss mal wieder Haare schneiden. Danke, dass du ins Intro quatscht. Das kannst du doch einfach rausschneiden. Kannst dir auch die Haare rausschneiden. Da hab ich ja vor. Hallo beim Zyl Lohnen Sender und wir sind heute bei der 200. 313. Folge des Zahlensenders. Man mag es überhaupt nicht glauben. Jubiläum! Wir haben ein Jubiläum. Was? Das ist 213. Ja. Das ist ja ein rundes. Das ist absolut rund. Wo ist denn 213. runde Zahl? Wir haben ein unrundes Jubiläum. Ja, da kann ja jeder kommen. Das ist eine Primzahl. Das ist wie der 13. Stamm. Ist es? Ist es? Das sag ich jetzt einfach mal. Weil 13 eine Primzahl ist, oder was? Das kann irgendwie keiner. Weil 210 müsste durch drei Teile sein, oder? Ist 213 eine... Weil 21 ist ja auch durch drei Teile war. Ich hab keine Ahnung, ob Mathe so funktioniert. Eigenschaften von 213. Oh. Quersumme 6, Faktorisierung 3 mal 71. Damit ist es wohl keine Primzahl. Damit ist es wohl keine Primzahl. Ah, nee, Quatsch. Aber dann ist es auch 71 mal 3. Ja. Ach, stimmt. Du hast eben noch gesagt. Ja, dann funktioniert es ja doch. Wie? Was funktioniert doch? Ja, dann kann ich Mathe ja doch. Weil ich ja sagte, 21 ist durch drei Teile, muss 210 auch durch drei Teile sein. Ja, aber nicht Idiot, guck das auch noch nach. Ja, du bist halt auch ein Googler. Ja, ich bin ein Googler. Anzahleteiler 4. 1, 3, 71 und 213. Ja, ich meine 71 und 3 ist ja... Dann steht aber noch in Ros darunter Primzahl-Fragezeichen. Nein. Für die ganze Zeit. Das ist das Management-Summary. Du sagst den Teiler und der Manager fragt, ich hab gefragt, ob es eine Primzahl ist. Genau. Soll ich ein Bild malen? So, und jetzt finde bitte mal raus, ob es eine Fibonacci-Zahl ist. Nein. Also, die Antwort ist nein, steht nämlich auch drunter. Oh. Ja. Okay. Okay. Aber es ist auch eine besondere Folge, denn da werden die fünf wieder vereint. Ja. Bevor du auf den Inhalt eingehst, ich wollte einfach nur mal... Und fünf ist eine Primzahl. Fünf ist eine Primzahl. Stimmt. Primzahlen werden ja auch immer weniger. Das ist eine aussterbende Art. Genau wie die Zylonen, weil sie keine Wiederauferstehung mehr haben. Aber ich wollte noch mal kurz auf die Zahl raufkommen, weil draufkommen... Ach, eingehen, so heißt das. Ich hab sie nur genannt, weil wir tatsächlich inzwischen schon über 200 Podcasts aufgenommen haben. Und das wollte ich nur noch mal sagen. Ja, andere machen bei Nummer 100 oder 200 was. Wir halten uns gar nicht damit auf. Wir machen einfach konsequent... Andere kommen nicht mal bis zu 100. Ja, ja. So, nämlich. Und viel weniger bis zu 200. Ja. So, nämlich. Kommt halt immer so weit, wie eine Folge, eine Serie Folgen hat. Genau. Ich muss hier gerade noch mal Werbung für The Leftovers machen, weil ich da gerade wieder irgendwo drauf gestoßen wurde. Und unser Podcast über The Leftovers wird viel zu selten gehört, genau wie The Leftovers viel zu selten gesehen wird. Deswegen schaut doch mal in den Impulssender und schaut euch die drei Folgen, es gibt nur drei, weil es drei Staffeln gibt, zu The Leftovers an. Das ist fabulös, wenn man den lieblichen Stimmen von Film und Film zuhören möchte. Mit lieblichen Stimmen geredet. Vielleicht sollten wir nächstes Mal irgendwie was zu The Sims machen oder so. Also eine Serie, die auch irgendjemand gesehen hat. Ich finde das schon gut, Geheimtipps zu haben. Ja, aber so kriegt man mal raus, wie wenig Einfluss man hat, weil niemanden interessiert ist. Ja, steht schon auf meiner Liste jetzt, aber so im Mittelfeld. Ich habe heute gehört, dass der, ich höre den Discovery, ja Moment, Moment, Discovery Panel, eine Anspielung auf Discovery Channel natürlich, aber Discovery Panel, da ging es nämlich um Discovery und jetzt um Star Trek PK, den höre ich immer ganz gerne und den höre ich immer gerne. Und die haben heute nämlich auf The Leftovers angespielt und da werde ich einfach mal ganz überschwellig in deren, unter deren Folgen Beschreibung unseren Podcast verlinken. Gut. Es ging nämlich darum, die haben kurz über den Coronavirus geredet und das untler ist, wie hoch die Sterblichkeitsrate ist, dass man sich uneinig ist zwischen 0,2 und 2 Prozent oder so. Und da kamen sie ja drauf, wenn es 2 Prozent wäre, dann wäre es ja tatsächlich die gleiche Situation wie The Leftovers, ja. Wobei dann müssten natürlich auch alle auf der Zeitraum verteilt. Und es müssten alle auf der Erde infiziert sein, natürlich. Weil Sterblichkeit heißt ja von denen, die infiziert sind. Ja gut, aber so im Großen, also vielleicht nicht 100, aber das scheint ja schon so hoch infektiös zu sein, dass da über Kurz oder Lang das einfach einfach da ist. Anders als bei Leftovers, ich glaube bei Leftovers verschwinden ja durch die generelle Bevölkerungsschicht Leute. Richtig. Und nicht vornehmlich in der alten. Richtig. Ich wollte ja auch nur sagen, ich bin deswegen auf The Leftovers gestoßen und wollte deswegen nur nochmal Werbung machen. Habe ich somit getan? Ja. Transferleistung. Hört das mal alle. Hört mal alle Leftovers. Von 2 Prozent auf Leftovers kommen. Das ist prüfungsrelevant. Aber ich habe es auch gehört, ich habe die Serie nie gesehen, aber jetzt möchte ich die Serie sehen. Sehr gut. Das war genau unser Ziel. Weil dann wird sie vielleicht nicht abgesehen. Ah, okay. So wie Firefly. So wie Firefly. Nein, nicht so wie Firefly, weil hier wurde es von Anfang an, nee, ich glaube nicht von Anfang Anfang an, aber schon relativ schnell gesagt, drei Staffeln und dann. Und ich glaube ja auch, Firefly hätte nichts Besseres passieren können, als dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Das kann sehr gut sein, ja. Das ist ein Ruf für die Ewigkeit einfach, weil sie keine Gelegenheit hatten, das zu verkacken. Man könnte ja jetzt nochmal das verkacken, indem man es nochmal wieder auflegt. Ja, der kann es ja wirklich drauf nehmen, dass es irgendwann passiert. Mit Ryan Gosling als Mel. Da würde sich der Tim freuen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ryan Gosling. Ich habe ihn jetzt gelobt für, ähm, ich habe nochmal, ich habe nochmal. Drive? Nein. Blade Runner? Ich habe nochmal Blade Runner 2084 geguckt und, äh. 20, 9, 4, oder? 20, 9, 4, oder? Und fand den ziemlich gut. Ja. Den Drive fand ich ihn auch gut, aber Drive hat mir nach der ersten Hälfte nicht mehr gefallen. Ich muss nochmal diese Serie, die von dem gleichen ist wie Drive, äh, muss ich nochmal weiter gucken. Too old to die. Ja, too old to die. Da habe ich ja die ersten zwei Folgen gesehen. Und das ist ja schon sehr, sehr langsam, aber es... Puh, ist das langsam. Die Filme von ihm sind ja schon langsam, aber die Serie, die ist noch hundertmal langsamer. Wenn man da irgendwie erstmal... Die erste Folge besteht aus dem Vorspann. Ja, so ungefähr. Da siehst du irgendwie einfach halt in total knalligen, bunten Farben unter blinkender Neon leuchten, wie 30 Sekunden um ein Auto rumgezoomt wird. Ja, das habe ich doch bestimmt damals erzählt, oder? Dass ich, dass ich die Serie eigentlich gut finde, aber keine Kraft habe, da mehrere Episoden am Stück zu gucken, weil sich alles so endlos sieht. Ja, das finde ich gut. Und ich mag sowas. Die macht... Ja, aber Gespräche zwischen Leuten. Meine Güte. Da gab es doch dieses Gespräch. Ich weiß. Ich weiß, dass das in Filmen getrickst ist, wenn Leute immer direkt antworten. Und man muss es nicht ganz so schlimm machen. Aber man muss auch nicht immer zehn Sekunden nachdenken, bevor man eine Antwort gibt. Da gab es dieses eine sehr geniale Gespräch, wo dieser... Der Hauptdarsteller, dieser Cop, ist in dem Kinderzimmer von seiner Freundin. Und ich glaube, ihr Vater ist irgendeiner von den Baldwins, oder? Der Creep da, ja. Irgendeiner von den Baldwins, glaube ich. Von diesem Baldwins, von diesem Baldwins. Und da geht es dieses Gespräch. Das ist sehr schön. Ja, jetzt kommen wir zu Battlestar Galactica. Ja, machen wir das mal. Wo auch viel gesprochen wird in dieser Folge. Genau. Wie im Podcast. Tja, das war wohl der Gegenbeweis. Der Titel auf Deutsch ist Systemblockade, oder? Richtig. Und der englische... Deadlock. Heißt nicht so das Spiel? Wollte ich gerade sagen. Es gibt ein Battlestar Galactica Spiel. Nee, darfst du ja auch sagen. Das heißt Deadlock. Es ist nicht so besonders gut, finde ich. Ich habe mir das damals gekauft. Man kann es auch im Multiplayer spielen. Und letztendlich muss man sich so die Flotten zusammenbauen. So zwei Flotten zusammenbauen. Und dann... Also im Multiplayer zumindest. Und kann dann so gegeneinander kämpfen. Man kann auch das auch im Koop machen. Es gibt auch so eine Story-Kampagne, die funktioniert so, wie solche Dinge immer funktionieren. Du hast so eine strategische Karte, wo du bestimmte Gebiete einnehmen musst. Die Kolonien zum Beispiel. Und dann, wenn du aufeinander triffst mit den Flotten, musst du dann taktisch kämpfen. Ja, kann man mal spielen. Aber hat mich nicht so lange gefesselt. Die Erstausstrahlung der Folge war am 20. Februar 2009. Und die deutschsprachige Erstausstrahlung am 20. Oktober 2009. Regie führte Robert Young und Drehbuch Jane Aspenson. Endlich wieder Leute, die wir können, äh, kennen. Die uns können und wir kennen. Die können wir gut. Und Zusammenfassung macht heute Mario. Oh, okay. Gut. Überraschung. Ich werde da mal kurz mit der Kartallkärzchen rausholen. Okay. In der letzten Folge haben Alan und Boomer das Basisschiff, also die bösen Silonen verlassen und sind auf dem Weg zur Galaktika, finden sie auch und werden dort fast mit offenen Armen empfangen. Boomer eher nicht so. Alan kehrt dann wieder in ihre typische Rolle zurück, in typisch Alan eben. Sie möchte für Probleme sorgen. Stachelt ein bisschen was an. Und zwar bei Soul und dann auch noch bei Caprica 6. Caprica 6 ist ja schwanger. Und, ähm, ja. Es wird viel, viel, viel gelabert in der Folge. Die letzten fünf wollen jetzt endlich beschließen, wie ihre Zukunft aussehen soll. Hier in der Flotte oder ganz woanders. Allerdings läuft es ja so ab, dass es demokratisch abgestimmt werden muss und es ist halt zwei zu zwei und die letzte Stimme muss noch entscheiden, ob man wegspringt oder bei den Menschen bleiben möchte. Das Schiff wird immer noch repariert vom zylonischen Schleim. Und langsam fragen sich halt dann natürlich auch die Menschen, also die merken schon, die Zylonen sind schon unter ihnen, die haben sich halt jetzt schon vermischt. Und ob das denn die Zukunft ist, ob das eine gute Zukunft ist oder eine böse. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, vielen Dank. Du hast Gaius Balter gar nicht erwähnt, oder? Habe ich das verpasst? Nein, habe ich nicht erwähnt, aber das war für mich ihr Nebenstrang. Wie geht's denn los? Da bin ich gespannt, was aus diesem Handlungsstrang noch erwächst. Wie geht's denn los? Und wieso heißt die Folge überhaupt Badlock? Badlock. Ich verstehe beide. Keine Ahnung. Die Menschen oder die Deutschen nicht. Das ist ja der gleiche, oder? Das Blockade, Deadlock ist das gleiche, Systemblockade und Deadlock. Okay. Vielleicht ist Ellen die Systemblockade, weil sie sich nicht zu einer Stimme hinreißen lässt. Also ich kann euch erklären, was ein Deadlock ist, weil das ein Problem aus der Informatik ist, letztendlich. Kannst du es auch in einfachen Worten? Ja, kennt ihr das Philosophenproblem? Das Philosophen reden nur über Probleme. Wenn ihr in Wikipedia eingebt, Philosophenproblem, dann gibt es genau ein Philosophenproblem. Das Philosophenproblem ist, dass vier Philosophen am Tisch sitzen und Spaghetti essen wollen. Ist egal, was sie essen wollen. Sie wollen essen. Und es liegt zwischen jedem eine Gabel. So, dass es eine Gabel zu wenig ist. Versteht ihr? Ja. Und dann können sie alle nicht gleichzeitig essen. Das ist aber doof, das Beispiel. Ich finde das Beispiel mit der Kreuzung viel besser, an der es keine Ampel gibt und rechts vor links gibt. Und was passiert bei rechts vor links, wenn alle vier gleichzeitig an die Kreuzung kommen? Alle vier Autos? Man muss sich verständigen, einer fängt halt an. Das funktioniert halt mit Menschen, aber nicht mit Computern. Ja gut, das muss man Computern dann extra beibringen, wie man das lässt. Richtig, genau. Sonst gibt es nämlich einen Deadlock, weil jeder auf den anderen wartet. Das ist das Philosophenproblem. Die wissen nicht, wie sie ihre Spaghetti essen. Richtig. Das ist sogar realistisch. Aber wenn vier... Zwischen ihnen liegt jeweils eine Gabel. Ja, also links von dir liegt eine und rechts von dir liegt eine. Ja. Aber dann sind es doch vier Gabeln. Nee, sie brauchen immer zwei. Sie brauchen beide Hände mit Gabeln für Spaghetti. Ah, okay, okay. Und dann hat einer eben eine zu wenig. Aber deswegen, ich finde das mit der Kreuzung viel anschaulicher. Weil jeder rechts vor links kennt. Das hat auch jeder schon mal erlebt. Oder? Und dann guckt man sich nämlich so übers Lenkrad hinweg an und denkt, okay, wer fährt jetzt hier zuerst? Ja, du hast noch Vorfahrt. Und dann winkt halt jeder den zu seiner Rechten, bis irgendjemand einfach losfährt. Und dann fahren alle gleichzeitig. Und dann wird die Versicherung angerufen. Das gleiche Problem kannst du auch lösen in Gruppen von drei plus Leuten, die zusammen vor einem Netflix-Zugang liegen und sich darauf einigen wollen, was geguckt. Das kann ich manchmal mit mir selber schon nicht. Aber du kannst das Problem ja lösen mit dem Kreisverkehr. Richtig. Ja. Also brauchen wir Kreisverkehre auf der Galactica. Aber was hat denn das jetzt mit der Galactica zu tun? Da wollte ich jetzt wieder klar drauf kommen. Wir sind ja noch an der Herleitung. Vielleicht kommen wir ja einfach im Lauf der Folge drüber, wenn wir drüber reden. Nee, nee. Tim kommt jetzt drauf. Ach so. Nee, ich wollte nur sagen, dass man das Problem natürlich auch umgehen kann mit Computern. Sonst würden die ja nicht funktionieren. Also, weil Computer würden ja sonst ständig in die Situation laufen, wenn sie um Ressourcen... Ständig in die eigentliche Sack essen können. Genau. Weil ihnen keine Spaghetti essen. Richtig. Genau. Meine spontane Vermutung ist vielleicht diese Abstimmung, dass sie abstimmen, ob sie jetzt gehen oder bleiben. Ja, das ist auf jeden Fall ein Deadlock. Und eine Person sich eben enthält. Genau. Okay. Wie geht's los? Ja, Alan und Boomer kommen zurück. Genau. Sind irgendwo im Weltall und werden angemorzt. Oder wie funktioniert das? Nee, nee. Die springen zurück, erscheinen auf dem Dreadis und dann sagt irgendjemand, der gerade sitzt, also da, wo vormals immer Gator saß. Wir haben einen neuen Kontakt, ein Raptor, der schon vor 18 Monaten verschwunden ist. Und der wird dann in den Gleitschutz genommen von ihr Starbuck und ihren Viper-Piloten. Ja, aber warum funken die nicht, sondern machen diese Leucht... Der Funk ist irgendwie gestört auf... Und das ist ja auch schon ein Hinweis für das spätere, diese Symbiose, weil neben den Vipern fliegt auch ein großer Radarjäger und die fliegen anscheinend gerade zusammen in Formation, um diesen Raptor abzufangen. Und der wird dann zurück zur Galaktika geleitet und es steigt erst Puma aus und dann Alan. Übrigens fällt mir gerade noch ein, bei der letzten Folge, als sie am Ende geflohen sind, sind ihnen Raider, wie heißen die? Raider, hergeflogen. Die haben auf die geschossen. Die haben auf die geschossen, ja. Ja. Wolf, Heidel Five. Richtig, aber sie haben ja auch nicht getroffen. Ja. Vielleicht war es entweder ein Fehler und sie haben nicht dran gedacht oder sie haben dran gedacht und sie haben deswegen sie nicht treffen lassen. Aber sie hätten sie natürlich nicht treffen lassen. Ja. Ich fand es lustig, wie der, wie der Chief so kommt, irgendwie auf zwei Zentimeter Abstand an Puma rangeht und sagt, er ist Puma und dann weitergeht. Genau. Und dann der Admiral lässt sie dann sofort in die Brücke bringen. Ja. Und dann kommt Tye rein und sagt, oh, ist ja Alan und steckt die Zunge rein. Und auch hier verzieht der Admiral keine Miene. So unterschiedlich laufen Begrüßungen. Ja. Und dann ficken sie. Oder ich bin jetzt verwirrt, mit welcher Acht war der Chief mal zusammen? Mit Boomer. Mit Boomer. Es war schon Boomer, oder? Ja, es war Boomer. Und Boomer hat auch Admiral Adama in die Brust geschossen. Deswegen hat er sie abführen lassen. Also Boomer und Athena sind so die Nummer achten mit Sprechrollen quasi. Man sieht auch noch am Anfang der Folge, wie eben auf diesem Krankendeck, was wir ja schon mal hatten, die Folge, wo der Arzt, die, äh, diese einen Stamm, Leute von den, die Sagittarier waren das, glaube ich. Wo er sie, äh, wo er sie, äh, euthanasiert hat. Und auf dem Deck werden Nahrungsmittel verteilt und man, man bekommt eben den Eindruck, es gibt nicht genug Nahrung für alle. Weil ein Marine dann rumbrüllt, zurück, zurück, jeder kriegt seinen Anteil, aber das glauben natürlich die Hungernden nicht. Wie, wenn man jetzt gerade in den Supermarkt geht. Ähm, was der, 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 der Vorspann, der beim letzten Mal neu war, der ist, war jetzt gar nicht mehr da. Ja, der war wieder weg. Genau, weil das ja gar kein Vorspann war tatsächlich, sondern die, die Rückblende eigentlich. Ihr habt ja beim letzten Mal schon festgestellt, der, den Vorspann gab es trotzdem den normalen. Mhm. Und diesen neuen Vorspann, das war zu sagen, ja, die Rückblende, die sonst immer am Anfang kommt. Das war einfach der, die Spezial, Spezialeinstieg in die Folge, weil ihr erfahrt ja alles, über die zu lohnen. Genau. Deshalb fassen wir jetzt nochmal die komplette Serie in zwei Minuten zusammen. Man hat ja auch die Atom-Bomber-Explosion gesehen. Damit alle Leute nochmal stoppen und gucken, ob sie einen Pilotfilm gerade anschauen. Äh, 50.000, das sind doch gar keine 50.000. Ich hab Buch geführt, das sind 39.500 noch was. Genau. Ähm, dieses, dieses, äh, Hangardeck hat auch, auch irgendwie Namen, Dodge City oder Dock City oder so irgendwas. Docksville. Docksville, genau. Docksville, ja. Wo diese ganzen, äh, Flüchtlinge von der Pegasus und von den anderen Schiffen untergekommen sind. Warum läuft eigentlich Caprica, also die, die schwangere Six, darum? Das hab ich nicht kapiert. Das hab ich auch nicht kapiert. Ich versteh's auch nicht, weil sie bekommt theoretisch ja eh genug Essen und Trinken. Ihr Mann ist schließlich, also ihr Freund ist ja schließlich die XO des Schiffes. Ja. Also wird auch mehr bekommen als Alain. Und sie ist schwanger. Warum läuft die denn da rum? Oder sie wollte sich anpassen. Das könnte ja auch sein. Das kann so sein. Ich wollte sehen, wie die Kuhme so sind. Ich glaube, ich fange bei den Battlern an. Geh mal im Slump gucken, wie es ist. Ja, keine Ahnung. Tatsächlich wahrscheinlich nur, um diesen Konflikt zu zeigen. Genau. Das ist unnötig, obwohl, naja, man hätte jeden nehmen können, jeden zu lohnen. Ich hab auch ab und zu immer mal gedacht, die hilft bei der Reparatur des Schiffs, aber das ist eine andere Six. Ja, eben. Aber ich, das meinte ich ja, alle in Overall, aber perfekt frisiert. Ja, genau. Ähm, wurde sie in den Bauch geboxt? Oder blieb ich mir das ein? Ja, zumindest ist sie ja danach auf der Krankenstation und Kottl stellt fest, dass alles okay ist. Sie wurde auf jeden Fall angegriffen. Ja, sie hat so eine Blessur an der Wange. Ja, aber ich glaube, Kottl doch auch eher so, ja, das kennt ja super, so ein Ochse. Hat ein Herz wie eine Kesselbauke. Ja. Und er sagt dann, äh, hier, was, 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 was sind sie eigentlich noch auf der Krankenstation? Machen sie die frei für die richtige Kranken? Genau, machen wir Platz für jemanden, der es braucht. Aber, aber so wie der das halt gesagt hat, war das halt, äh, das war ja nett gemeint. Es war motivierend, ja. Ja, ja, es war, war, war alles gut. Der hat eigentlich da einen Witz gemacht, äh, dass alles okay ist. Das war nicht so wie diese blöde Krankenschwester beim letzten Mal. Und da erfahren wir auch, dass das Kind schon einen Namen hat, nämlich Liam heißt. Ja, da haben wir ja gehört, Liam, Liam geht's gut, alles super stark. Wir können damit rechnen, dass er zum stärksten zu Lohnen aller Zeiten wird. Und Obi-Wan ausbildet. Das ist ein super Baby. Er wird die Macht ins Gleichgewicht. Und hinterher alle töten, die seine Tochter entführt haben. Äh, achso. Ah, der Liam, okay. Ja, woran habt ihr gedacht, als ich gesagt habe, und Obi-Wan ausbilden? Gar nichts, ich bin ehrlich. War auch ein bisschen weit hergeholt. Aber wen gibt's sonst noch, der Liam heißt? Liam Gallagher. Dann wird er eben Wonderwall singen. Äh, während er, äh, Entführer umbringt und auch Batman ausbildet. Stimmt, auch Batman. Obi-Wan und Batman. Ja, Phil hat sich schon ausgeschaltet aus der Diskussion. Gehen wir weiter. Ich hab keine Zeit für sowas. Ja, Ellen erzählt natürlich ein bisschen, was los ist. Man weiß halt, dass sie jetzt einer der letzten fünf ist. Und sie erzählt, dass sie drüben war bei Kevil ein bisschen. 18 Monate lang circa. Eigentlich ganz schön viel Zeit. Und, ähm, Boomer ist halt in einer Zelle gelandet. Ja, von der erfährt man noch nichts mehr, oder? In der Folge. Man sieht sie nur ganz gut schlafen. Ich hab einmal im Schlafen zugeguckt. Dieser Lüßling. Ähm, Tim hat's ja schon gesagt, dass sie dann... Dieses Lachen, dieser Lüßling. Die poppen dann miteinander. Also, ähm, Ellen und Tai, die haben das ja schon lange nicht mehr gemacht. Er hat sie getötet. Und das hat er für mich sind zu poppen. Das war das Vorspiel. Ja. Ähm, sie erfährt dann eigentlich auch, dass er eigentlich weitergelebt hat. Dass er jetzt mit Caprica Six zusammen ist. Aber nach dem Sex erfährt sie aber noch nicht, dass sie schwanger ist. Das erfährt sie nämlich erst von den anderen fünf. Aber in dem... Ja, Entschuldigung. Aber das fand ich halt einen interessanten Zeitpunkt. Weil während die beiden da rummachen, bekommt Caprica Six ja so Bauchkrämpfe mit ihrem Baby im Quartier. So zeitgleich wird dann so rübergeschnitten. Und dann dachte ich so, ja, okay. Ist das mit dem Baby emotionsabhängig? Ich glaube, das ist einfach nur zu dramatisieren. Mehr nicht. Ich auch. Wenn der Mann die Frau hinterher hat, dann versiert sie ihr Kind. Da so ein leicht übernatürliches Moment reinzubringen, ist jetzt auch nicht ganz neu für Battlestar Galactica. Also dieses, in dem Moment, in dem Tai wieder mit seiner alten Frau Sex hat, dass die Frau, die neue Frau, die sein Kind trägt, da plötzlich Probleme hat. Und das ist jetzt ja kein, keine ungewöhnliche... Das ist Hexenwerk. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Es war Rosslyn. Hexe. Das ist einfach die Strafe für Unzucht. Das ist die Strafe für Unzucht. Und dann wird... Ach so. Anders ist jetzt auch allen völlig egal eigentlich, weil sie haben ja jetzt eine neue Informationsquelle mit Ellen. Aber bei Anders tut sich dann irgendwann wieder was. Ja, irgendwann sind da, wo vorher nur eine Linie war, Zacken. Ja. Und wir wissen ja, egal was da gemessen wird, Zacken besser als Linie. Genau. Aber bunte Zacken, das war interessant. Ja, und man sieht die Augen bewegen unter den Augenlidern. Rapid Eye Movement. Und... Der Rem. Habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der Joterem-Phase. Meinst du mit... Habe ich schon lange nicht mehr gehört. R.E.M.? Ja. Bedeutet das Rapid Eye Movement? Oder... Ja. Ich kenne keine andere, also... Ich dachte, das bedeutet einfach R.E.M. Okay. Ich wusste es nicht. Ich wusste auch nicht, dass die Band sich danach benannt hat. Hat Phil jetzt behauptet, ne? Falls es nicht stimmt, liebe Zuhörer, schreibt Phil Briefe. Ach komm, als ob die überhaupt noch irgendjemand kennt. Hallo? Wir haben doch bestimmt ältere Hörer, also so wie wir. Jesus, he knows me. Das ist auch nicht so, als würde ich nebenbei versuchen, über die Wikipedia rauszukriegen für Arie und wirklich steht dabei. Jesus, he knows me. I can dance. Kennt ja jeder. Was? Ja, das sind die bekanntesten Lieder von R.E.M., die du gerade genannt hast. We can't dance, it's Genesis, right? Jesus, he knows me auch. Okay. Ich war gerade... Was? Bei ihrer Suche nach einem neuen Arme nahm Michael Stipe ein Wörterbuch, suchte willkürlich einen Eintrag aus und traf zufällig auf R.E.M., die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Wow! Schlafphase des Menschen, in der sich die Augen sehr schnell unter den Lidern bewegen. So, Mysterium gelüftet. Wieder was gelernt. Mario, kennst du R.E.M.? Was sagt die Stimme der Jugend? Sagt mir was, ja. Gut. Kennen wir alle? Weiter. Stairway to Heaven, auch grandioses Lied für ihn. Ach, das passiert aber erst ganz am Ende. Ich habe jetzt total vorgegriffen. Ja, eben. Das hat mich total verwirrt, weil der ist ja die ganze Folge lang im Koma. Genau, ich wollte ja nur sagen, den interessiert jetzt niemanden mehr außer Starbuck, weil die ja jetzt alle ihre Quellen von, also ihre Informationen jetzt auch von Ellen bekommen können. Aber dennoch versammeln sich alle immer wieder rund um ihn. Ja. Und E wird in dieser Folge sehr viel in der Krankenstation abgewickelt. Was Dr. Kottl nicht gefällt. Ne, äh, was ist denn das hier? Aber er hat, äh, er raucht weniger. Wahrscheinlich gehen die Vorräte zur Neige. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir jetzt erstmal den Strang weitermachen mit den Zylonen oder wollen wir jetzt mal auf Adama eingehen? Der kümmert sich ja noch so ein bisschen um die Galaktika. Das können wir auch vorher abfrühstücken, oder? Ja, machen wir das vorher. Wobei das ja auch immer wieder so Überschneidungen zu Tai und so gibt. Da gibt es zum Beispiel die eine Szene, wo die beiden sich betrinken und, ähm, Adama schüttet die ganze Zeit. Wo sie sich so richtig betrinken. Ja. Adama hat ja immer diese Karaffe und sie haben diese halbrunden Gläser, diese richtig großen Gläser, die immer voll bis so oben hin sind mit Whisky und, äh, Adama trinkt irgendwie einen Schluck ab und schüttet dann erstmal nach. Oh, mich macht das einfach immer so fertig, wie Leute in Filmen und Serien Whisky trinken. Und dann sieht, ja, dann sieht man in der nächsten Szene, dass das Glas halb leer ist. Und dann kippt der wieder voll. Ich fand das sehr lustig. Aber ich weiß nicht mehr, worum es inhaltlich ging. Ah, ich glaub, der Großvater von Tai war irgendein Kraftwerk oder so. Schon wieder eine Band. Er fragt halt ihn, ob mit Allens Rückkehr irgendwas nochmal singen gemacht hat und sie jetzt noch viel mehr wissen. Und er meinte, ja, nicht wirklich, halt, außer so, so Sachen. Und dann lachen alle. Und, äh, alle. Alle beide. Und er sagt halt, er findet es nicht so geil, dass er jetzt über Acelonpaste in seine alten Dame rumschmiert, aber, äh, in der Not schmiert der Mensch halt Paste. Ja, darum ging's eigentlich, genau, dass, ähm, dass Adama nochmal klarstellt, dass, ähm, sein Sohn Apollo und die Präsidentin glauben, dass er nicht versteht, was gerade passiert. Und er sagt aber, er versteht das schon zu seinem Kumpel Tai. Nämlich genau diese Vermischung, die später dann auch nochmal angesprochen wird und die ja eigentlich schon in der letzten, ähm, in der letzten Strophe, in der letzten Folge angesprochen hattet, durch dieses, ähm, Bildliche auch mit der, in der Galactica, dass da dieses Harz benutzt wird. Haben wir, ähm, dann vielleicht auch letztes Mal, glaub ich, vergessen, wenn, wenn der Anders ja zur OP reingeschoben wird, dann ruft er eben Tai ja noch so, bleib bei der Flotte, bleib bei der Flotte. Hatten wir es angesprochen? Nein, haben wir nicht, glaub ich. Hatten wir nicht, aber irgendwie glaub ich, dass das halt so, mir, mir persönlich erschien das jedenfalls wichtig, auch in dieser Folge, wenn eben entschieden wird, die Zylonen gehen sollen oder, genau, genau, und Tai natürlich dann sagt, nein, nein, ich bleib hier. Ja. Und deswegen können sie auch für Sanders sprechen, weil er, äh, sehr vehement gesagt hat, bleibt bei der Flotte, bevor er, äh, das Licht ausgeknipst wurde. Und ich hab irgendwie Vermutung, dass das mit diesem, mit diesem Zusammenmischen von der Galactica was zu tun hat, dass da noch irgendwas passieren wird. Aber wer weiß, er weiß. Und bei einem dieser Treffen, jetzt wieder zurück zu den Zylonen, würde ich sagen, in der Krankenstation, bei einem dieser Treffen in der Krankenstation, erfährt dann Alan auch, dass Six schwanger ist. Und das war eine sehr lustige Szene, muss ich sagen. Da hat jeder durcheinander geredet. Nur der Chief war irgendwie ganz ruhig, hat nur hin und her geschaut zwischen jedem. Man hat kein Wort verstanden. Ich glaube, hätte jemand Untertitel angehabt, die wären ausgeblendet worden in der Szene. Es ging ja um die Abstimmung, ähm, ob man jetzt in der Flotte bleiben möchte, oder ob man sich jetzt von der Flotte trennt und ein neues Leben beginnt, weil das Kind von Tai und Six ist die Zukunft. Das ist ein reines Zylonen-Kind und man kann die Zylonen-Rasse auch ohne das Schiff, also das Auferstehungsschiff eigentlich neu aufbauen. Und das war halt der Grundgedanke. Saul ist halt dagegen. Enders, der im Kummel liegt, hat eigentlich gemeint, er ist auch dagegen. Und die anderen beiden sind halt dafür, also der Chief und, ich habe hier den Namen vergessen. Alan? Nein. Tori? Tori, danke. Die sind halt dafür, dass man die Flotte jetzt verlässt. Bei Tori, ja. Red weiter. Und die Ellen, die ist auch noch zwickspaltend, sie weiß halt nicht, was sie davon halten soll. Das liegt aber auch daran, dass sie ziemlich wütend ist, weil einfach ihr Mann ein Kind erwartet und die haben es ja wirklich jahrelang probiert, ein Kind zu bekommen. Und sie meint, dass sie entscheidet sich dann halt später. Und dann fangt sie halt an zu streiten, zu diskutieren und Saul meint, ja, das machst du doch mit Absicht, nur weil ich dich vergiftet habe. Du bist so rachsichtig. Du wirst immer so nah. Ja. Komm, trink einen Tee. Ähm, ja. Warum ging es eigentlich in der Sinne? Haben wir das schon erwähnt, dass Alan Six besucht hat im Quartier? Das kommt danach, oder? Und da ist sie wieder richtig fies, die alte Hexe. Genau, das ist echt die Ellen, die man halt gekannt hat, drei Staffeln lang. Ähm, sie besucht halt die Six und möchte halt schauen, oh, die ist ja wirklich schwanger, wollte ich vorgewissern wahrscheinlich. Und tut auch sehr nett und lieb, aber ist halt doch ziemlich bitchig. Ja, naja, was ich dann Saul flachgelegt habe. Oh, hat sie das noch gar nicht gesagt? Oh nein. Und genau wie ihr Mann kommt sie rein und fragt, wo ist denn hier der Schnaps? Genau. Ja, aber sie ist nicht einfach nur bitchig, sondern das ist ja eine völlig berechnete Aktion. Sie weiß ja genau, was sie auslöst durch jedes Wort, was sie sagt. Ja. Wie sie halt immer war. Ja. So kennt man sie eben, genau. In dem Fall kommt, glaube ich, noch dazu, dass sie die ja alle als irgendwie Kinder betrachtet und sich selber immer noch denen vorstehend. Ich glaube auch, dass sie deswegen noch mal mehr schockiert ist, dass sie eben die alle als Kinder betrachtet und Tai quasi im übertragenen Sinn mit seiner Kreation seiner Tochter pennt und dann auch noch ein Kind mit ihr zeugt. Ja, oder aber. Was natürlich totaler Rumbug ist. Naja, aber selbst wenn, wäre es ja dann ganz cool, wenn sie ihren Zorn vielleicht auf Tai lenkt und nicht auf das Kind. Ja, ja, klar, aber das tut sie ja nicht, weil sie würde das ja, also eben verzeiht sie ja sowas total. Die ist ja. Ja, ja, ich wollte ja nur sagen, also selbst wenn man den Zorn oder die Enttäuschung irgendwo nachvollziehen kann, dass sie die hat, lässt sie es ja an der völlig falschen Person aus. Objektiv ja, für sie natürlich eine richtige Person, weil in ihrem Leben ist ja die Six der Fremdkörper zwischen Tai und ihr. Also sie säht da jetzt so Zwietracht letztendlich, ja. Genau. Und sagt, er liebt mich, weil er hat mich ja direkt flachgelegt, als er aus diesem Raptor ausgestiegen ist. Er hat schon tausend Jahre lang Sex. Genau. Und dann Six durchschaut das aber letztendlich. Und dann geht das Ganze nochmal so weiter, wenn sie sich das nächste Mal treffen. Genau. Weil letztendlich ist die Mehrheit dafür, das Schiff, die Flotte zu verlassen. Aber Tai sagt, mir egal, scheiß drauf. Naja, und da ist das jetzt die Abstimmung, wo Alan dann aber das Pad bricht, oder? Ja. Genau, wo sie ihm ja dann ja die, wo sie die Situation halt endgültig so zum Eskalieren bringt. Genau, aber daraufhin sagt ja Tai trotzdem, ich richte mich nicht nach der Abteilung. Ja, das interessiert mich nicht alles. Ist mir völlig egal. Demokratie funktioniert doch nicht. Genau. Kriegsrecht. Und dann bricht Six zusammen. Ja. Und muss auf die Krankenstation, weil? Kind. Probleme. Woher die wohl kommen? Es hat seinen Lebenswillen verloren. Und ähnlich wie ein Droide in Star Wars kann Dr. Kotel nicht viel tun. Mhm. Aber sie sagt ja noch, Hera wurde auch früh geboren, schneiden sie es einfach raus, wir kommen schon klar. Vier Monate, so ein Schwachsinn, das kann man nicht einfach so rausschneiden. Und dann stirbt das Kind und er bringt die Frau halt zum OP, weil, um halt sie noch wenigstens zu retten. Ja, und davor ist dann Ellen aber auch wieder sanfter gestimmt. Das ist dann, glaube ich, nicht gespielt. Nee, nee, ich glaube, da erkennt sie dann, was eigentlich momentan wichtiger ist. Ja, und was sie angerichtet hat vor allem. Also, da wird es dann halt auch irgendwie real. Vorher war es halt so ein Zurückfallen in alte Muster. Und da hat sie gesagt, oh, das ist ja alles gar nicht, das ist ja ernst. Und da hat es halt eingeholt. Und dann gibt sie ja auch ihre Stimme ab oder ihre Wahl, indem sie ihm sagt, Six und Tai können bei der Flotte bleiben und der Rest haut ab. Ob es dabei bleibt nach den sich ändernden Umständen, ist jetzt die Frage. Aber dann ist dieser Strang auch erstmal zu Ende, dann geht es nur noch, achso doch, dann sieht man hinterher nochmal, wie die Six, die ihr Kind verloren hat, vor dieser Wand steht, wo die Gefallenen drauf sind. Und Adama und die Präsidentin beobachten sie ja dann auch, oder? So endet das Ganze ja so, dass sie... Genau. Ja, dass sie da jetzt halt sehen, dass die Zölonen jetzt mit ihrer eigenen Sterblichkeit genauso umgehen, wie die Menschen es tun. Und sich der, also weil die Zölonen da ja den anderen Zölonen gedenken, die so seit dem Zusammengehen mit den Menschen da ihr Leben verloren haben. Genau. Und da wird dann nochmal klargemacht, dass die Durchmischung eigentlich schon geschehen ist. Ja. Ja, manche unbedingt verhindern wollen und manche als notwendig ansehen. Wobei, wenn man das jetzt nochmal bedenkt, wenn man das mit der letzten Folge nochmal zusammenbringt, dann sehen das doch, die müssten das doch die Zölonen eigentlich auch für notwendig ansehen, oder? Weil die wissen doch, dass das bis jetzt nicht funktioniert hat, wenn das nicht passiert ist, oder? Was? Also es ist ja immer... Das war einmal zu viel nicht. Ist es nicht immer in der Katastrophe gemündet, wenn man genau diese Vermischung versucht hat, nicht stattzufinden? Ja, aber ich glaube, das neue Element, was jetzt da ist, ist, dass die Zölonen von sich aus Religion entwickelt haben. Und dass sie denken, vielleicht funktioniert es ja, weil das jetzt anders ist und dann funktioniert es diesmal bestimmt. Und vor allem sagen sie ja, es muss funktionieren, es gibt keine Alternative. Wir müssen irgendwie lernen, zusammenzuleben, anders geht es nicht. Sonst kommen wir ja aus diesem Kreislauf nie raus. Wir müssen es halt so lange versuchen, bis es klappt. Aber diese Abstimmung jetzt zu gehen, ist doch genau entgegengerichtet. Ah, das halt für einmal lange Luft holen und sich einen neuen Plan zurückzulegen. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Wir müssen The Plan schauen. Wir haben ja The Plan schon geschaut. Ja, genau, The Plan, na vor allem hier ist ja, The Plan hat ja gar nichts mit dem zu tun. The Plan ist ja Cavill's Plan. Ach so, ich habe den Film noch nie gesehen. Also inzwischen habe ich den Film natürlich schon gesehen. Ich auch nicht. Doch, wir haben den beide schon gesehen. Also ich auch. Aber letzte Episode haben wir doch geklärt, dass der Plan, den wir zu lohnen haben, dass das einfach Cavill's Plan ist. Gut, dann gibt es noch den Strang mit Gaius Balta. Boah, ja, den erzählt aber, also das war, was war denn das? Ich glaube, Phil wollte den erzählen. Aber was war denn das? Ich weiß es nicht. Der kommt irgendwie zurück zu seiner komischen, hauptsächlich von Frauen bevölkerten Religionen, Harem's Geschichte, wie auch immer, oder was macht, macht irgendwie, macht Terror, kommt rein, stößt die bisherige Chefin da irgendwie zur Seite. Oh nein, wir machen das jetzt alles so. Das endet dann in einer Katastrophe. Und dann mogelt er sich durch, indem er zu Adama geht und sagt, ich brauche jetzt ganz schnell viele Waffen. Und dass das klappt. Ja, ich habe das, was war denn das? Und Adama sagt, also wenn du mir sagst, du brauchst Waffen, dann gebe ich die dir natürlich. Weil wenn du keine Waffen hast, dann passiert was Schlimmes. Das hat die Szene halt überhaupt nicht ausgesagt bei Adama, denn Adama war die ganze Zeit drauf und dran, einfach zu gehen. Ja. Ja, 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 schon. Und das wäre ja auch völlig folgerichtig. Wir reden hier von Gaius Balca. Ja. Ja, ich möchte das nur nochmal, also der Mann, der Verräter an der Menschheit ist, so, ja. Und der fragt nach Waffen. Und die geben sie ihm einfach. Und ich habe die Story auch nicht kapiert, warum man nach dieser Story, die er erzählt hat, darauf kommen kann, dass man ihm Waffen geben muss. Ja, also warum gerade er, weil es herrscht Unruhe in der Zivilbevölkerung und die verhungern, aber wenn du mir Waffen gibst, dann werde ich die nicht benutzen, um mit der unzufriedenen Bevölkerung zu putschen, sondern ich werde sie für dich im Zaum halten. Genau. Warum sollte Adama das glauben? Ja, aber umblende nächste Szene, Kisten mit Waffen öffnen sich. Also ich habe das nicht verstanden. Ich auch nicht. Das einzige Gute war in dem Strang, glaube ich, dass Hetzix wieder zurückgekehrt ist. Richtig. Also ich fand gut, ja, das. Das war lustig. Und ich fand tatsächlich die, die aus dieser, aus seiner Gruppe, die er die ganze Zeit so runtergemacht hat, die fand ich irgendwie gut. Warum? Weil er sie runtergemacht hat? Ich weiß es nicht. Die hat auf mich irgendwie einen gar nicht so dummen Eindruck gemacht. Ich hatte irgendwie, die hat auf mich den Eindruck gemacht, wenn man die noch ein bisschen machen lässt, dann, also Dietrich würde auf jeden Fall immer bessere Entscheidungen treffen als Balter. Ich fand vor allem, ich fand vor allem lustig, das mit der Hetzix, was Mario anerspricht, weil sie ihm wieder die Sätze souffliert hat. Genau. Stärke kommt aus dem Inneren. Waffen. Und Waffen. Größere Waffen. Mehr Waffen. Die ist, glaube ich, nur aufgetaucht, weil sie gesehen hat, okay, da packt das, glaube ich, gerade gar nichts. Ich helfe mir mal wieder ein bisschen, was einzuflüstern. Und man muss schon sagen, der macht das ja schon auch immer gut. Also wenn du so ihm, wenn er so einen Moment so die Verwunderung über den Satz, der jetzt kommt und sich dann aber voll reinwirft mit ganzer Brust. Ja, genau. Man muss jetzt vielleicht die Zuhörer nochmal abholen, weil wir jetzt wirres Zeug geredet haben. Worum geht's eigentlich? Gaius Balter versucht mit seiner Clique die Lebensmittel zu verteilen. In Dodge City? Wie heißt das? Dodgeville. Und dann kommen irgendwie bösere Buben mit größeren Waffen und klauen die ihn. Und daraufhin sagt er sich, jetzt brauchen wir noch größere Waffen. Damit wir uns wehren können. Six sagt es ihm ja quasi so ein. Ja, ja, genau. Ich finde es auch in der Szene, wenn die die Lebensmittel mitnehmen, so cool, wie er nochmal in den Waggon reingreift. Das nehme ich noch und das nehme ich noch. Und vorher so sagt, Ladies, hebt eure Waffen. Und dann der andere einfach nur, wir haben größere Waffen. Und mehr. Ja, und da bin ich nämlich mal gespannt, was daraus noch erwächst. Und ich bin voll bei Phil, ich verstehe das nicht, wie aus dieser Szene, aus dieser Diskussion mit Adama dann ein Schnitt kommt und er hat die Kisten voller Waffen. Was muss er ihm gesagt haben? Wir wissen ja, was er ihm gesagt hat. Wir sehen ja, was er ihm sagt. Ja, aber er muss doch noch irgendwas weiteres hinter den Kulissen gesagt haben. Kann doch nicht das einzige gewesen sein. Es gibt ja eine konkurrierende kriminelle Vereinigung, die stärker ist als meine kriminelle Vereinigung. Genau, das hat er ihm bestimmt nicht gesagt. Er versucht ihn ja zu packen und offensichtlich hilft das ja eben genau mit diesen Zylonen und es könnte wieder Aufstände geben. Ja gut, weil irgendjemand anspricht, vielleicht sollten wir ein paar Zenturios da reinbringen, um Ordnung zu schaffen. Und da muss ich schon sagen, also würde die Lage jetzt wahrscheinlich nicht beruhigen. Aber man kann ja trotzdem da Nein sagen und da Nein sagen. Ja, aber auch so, sind ihre Anhänger an der Waffe ausgebildet? Ja, ja. Natürlich, natürlich. Das ist ja auch, wenn er dann dieses Sturmgewehr da auspackt. Wobei seine Anhänger wahrscheinlich, zumindest hier die, die ich meinte, die ist routiniert mit der Waffe umgegangen. Ja, die hat ja auch Eigenverantwortung übernommen, als er sich einfach aus dem Staub gemacht hat und stellt ihn ja auch als Einzige wirklich zur Rede. Ja. Die anderen sind ja alles nur Lemminge. Er sagt ja auch irgendwann zu Six, als sie wieder auftaucht, das Einzige, was sich schlimmer fühlt, da als sie anführe, zu sein, ist Teil von ihnen zu sein. Ja, also wir werden sehen, was daraus erwächst. Präsident Balta in zwei Folgen. Es gibt übrigens nur noch zwei Folgen und dann kommt schon das Finale mit zwei Folgen. Hohohoho. Stimmt. Und auf der Blu-ray-Box habe ich die Extended-Version sogar vom Finale dann. Huch, das wird ja heftig. Was heißt das? Das dauert viel länger. Ja, super. Warum schauen wir nicht alle unterschiedliche Versionen? Jeder seine eigene. Achso. Nein, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. In der Staffel hast du, glaube ich, drei, vier Folgen, die so sind... Nein, nein. Ich schaue immer die Folge normal unter, scheiße nochmal. Okay. Ich spule dann immer so weit vor, bis ich sehe, ah, die Szene kenne ich, ich posse sie mal kurz. Ja, musst du ja nicht. Wir können ja dann... Ist ja durchaus gut. Ich weiß nicht, welche Folge ich... Welche Version ich habe zum Beispiel. Dann können wir ja gucken, was sich unterscheidet. Ich bin mir sicher, dass bei solchen Folgen immer nur die Action-Szenen gekürzt worden sind wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht gibt es ja eine Extra-Szene, in der Adama sich nochmal mit Teil berät und dann erfährt, warum er zugestimmt hat, Balter die Waffen zu geben. Genau. Aber nur, wenn sie besoffen sind. Genau. Ja. Ja. Das kann ein Schuss sein. Ja. Das war so ähnlich wie, nachdem er angefangen hat zu trinken und dann den Chief angerufen hat und gesagt hat, ja, hau den Zölonschleim auf die Galaktika. So muss das hier auch gewesen sein. Ja. Ja gut, versöhnliches Ende, hm? Würde ich auch sagen. Gibt's noch? Haben wir was vergessen? Lüpp. Dann kommen wir zur Bewertung. Ich bin heute nicht der Erste, sondern Phil. Es gibt ein Lied von R.E.M., das total gut zu den Zölonen passt, nämlich Shiny Happy People. Stimmt. Endlich mal ein Lied von R.E.M., was auch wirklich von R.E.M. passiert. Ja. Das könnte man ja als Folgentitel nehmen. Das könnte man. Mal gucken, vielleicht will ja der, der zuerst dran ist, das zu machen. So. Ja, nö, war nicht so mein Fall. Also, beziehungsweise unterschiedlich. Den Teil, der sich so um die Final Five hier dreht, wie wollen wir weitermachen, den fand ich noch ganz interessant. Ich fand's schade, wie schnell mir nach der letzten Episode Alan wieder unangenehm war. Also, dass das so schnell wieder umgeschlagen ist. Sex mit Thai, Alkohol trinken, intrigieren. Also, diese Folge hat allgemein wenig Highlights und macht auch die Sache nicht besonders gut. Ist jetzt auch nicht furchtbar. Aber ich will, ich weiß gar nicht, wir fallen jetzt gerade wenige Beispiele ein. Der gesamte Balterhandlungsdrang war... Arnebüchen. Ja, aber dabei halt auch nicht unterhaltsam. Man kann ja Quatsch machen, aber dann soll es Spaß machen. Und das hat auch keinen Spaß gemacht, sondern ich saß die ganze Zeit da und hab mir gedacht so... Ah, dieser Charakter, der hatte mal so... Also, der hatte mal so eine starke Rolle. Und die haben sich da in eine Ecke rein manövriert, aus der sie irgendwie nicht mehr rauskommen. Weil irgendjemand mal sagte, wäre das nicht cool, wenn der so der Anführer des Volkes wird, der mit den aufrührerischen Reden dann Roslin und Adama die ganze Zeit Probleme macht. Und irgendwie funktioniert das nicht. Und das war alles... Ich hab ja kein gutes Fazit vorbereitet. Also, ich fand die Folge... Ich gebe sechs Punkte. Cool. Kann ich mich eigentlich direkt anschließen, weil ich wollte auch sechs Punkte geben. Die hat mich genauso wenig gepackt wie dich. Also, die besten Szenen, die kommen auch für mich beide recht weit am Ende. Und das ist halt einmal, wenn... Nee, eine weiter vorne, wenn die beiden alten Männer trinken. Dann, wenn die alten beiden Männer weinen. Und dann, wenn der alte Mann mit Roslin durch diesen Erinnerungsgang geht und... Ja, das war ein starker Moment. Und er sagt, wir haben uns schon längst vermischt. Und weil die Zilonen dort eben auch ihre Gefallenen aufhängen. Ja. Ja, auch sechs Punkte. Und natürlich der Moment, in dem die Wellen auf Enders Monitor wieder anfangen zu wackeln. Ja, ja, ja. Ähm, ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Ich kann das auch nicht so ganz nachvollziehen. Und mich hat auch schon immer diese, dieser... Was denn? Lass mich das ausreden. Mich hat auch schon immer so... Ja, nein, das war ein zustimmendes... Mir hat auch schon so ein bisschen immer dieser Handlungsstrang mit Balta in diesem Harem da, in diesen Dings da genervt. Ich finde aber trotzdem, dass der immer noch ein starker Charakter ist. Ja, aber der ist so verschenkt. Ja, aber der spielt immer noch super, finde ich. Alles, was der macht, ist immer gut. Selbst wenn er so einen Schrott macht. Ja, wie gesagt, so dieser Moment, wo Six ihm vorredet und so, da ist mal wieder so... Aber das ist halt zu wenig. Und ich möchte den wieder auch sehen, wenn es um was geht und nicht, wie er eine Gruppe von frustrierten Zivilisten irgendwie davon überzeugt, sie hat da was auch immer zu tun, damit ihm nicht langweilig ist. Vielleicht sehen wir dann demnächst, wie eine Gruppe von bewaffneten Zivilisten in den Kampf führt. Ja, wir hatten ja schon lange keine Meutereien mehr. Genau. Ja, ich finde Balta-Szenen trotzdem immer sehr unterhaltsam. Fand ich jetzt tatsächlich auch wieder auf, wenn ich den ganzen Plot nicht nachvollziehen konnte, warum er die Waffen kriegt. Ich fand auch die Diskussionen und diese emotionalen Szenen wegen dem Kind tatsächlich auch gut. und deswegen gebe ich sieben Punkte. Also eigentlich die ähnliche Begründung, ich bin aber gnädiger wie ihr. Mario, was bist du? Gnädiger. Was die Punktzahl angeht. Mario. Ja, wieder einmal muss ich mich dem Tim anschließen. Ich gebe auch sieben Punkte her. Ich fand die vorhin jetzt auch nicht so mies. Ich meine, es war jetzt auch nicht super spannend. Es ist auch nichts passiert. Ja. Aber ich fand jetzt auf jeden Fall den Zylonen-Part doch weiters interessanter und auch unterhaltsam. Den Balta-Strang, den verdrehe ich wieder schnell. Das war wirklich eine Katastrophe eigentlich und total unlogisch. Aber trotzdem hatte er so wieder seinen typischen Balta-Moment. Das war, man konnte auch schmunzeln. Ja, sieben Punkte. Okay, dann letzte Worte, Phil. Wack the dogs, Will. Oh, du hast gar nicht das gesagt, was du mir vorstattest. Nein, das war mir jetzt doch zu billig. War ja nicht meine Idee. Jan? Meine auch nicht, aber tiny happy people. Okay. Dann sag ich, Stärke kommt aus dem Inneren und Waffen. Typisch Ellen. Okay. Gut. Dann sehen wir das. Ist das eine Comedy-Serie? Ja. Das klingt nach dem Titel für eine Comedy-Serie. Immer Typisch Ellen. Ja, genau. Wir sehen uns bald wieder zum Fast-Finale in einer Woche oder in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ich muss noch was zu den Borg ergänzen, Mario. Okay. Die sind eigentlich dadurch bekannt, dass die unbesiegbar waren in Next Generation. Das hat die Borg eigentlich ausgemacht. Waren? Ja. Sieht es nicht mehr. Irgendwann wurden sie natürlich doch besiegt, sonst wäre ja die Serie dabei. Wie das halt so ist mit Bedrohungen. Genau. Aber eigentlich muss, es gab, die haben sich immer auf alles direkt angepasst. Wenn man die beschossen hat mit Phasern, hat man einen getötet und der nächste war dann immun sozusagen, weil die dann Schutzschilder entwickelt haben und solche Geschichten. Und die Romulaner, der Planet ist ja zerstört worden. Ja. Das war ein Film vernommen. Ja. Genau. Den kenne ich sogar noch. Das ist auch noch nicht so lange her. Naja. Ich bin ja kein Star Trek-Fan. Also ich habe ihn nur damals gesehen im Fernsehen zufällig und ich habe weitergeschaut. Ähm, ja. Ich höre mir zu. Du hörst mir zu? Ja. Also eigentlich frage ich nur den Themen. Du musst dich hören. Nein, ich kann dir ja auch deine Frage nicht beantworten, weil es um Star Trek geht, aber ich höre dir zu. Achso, das ist höflich. Die haben ihren Planeten verloren und da sind sie auf diesen, ich sage jetzt mal, Wüstenplaneten da, die ganzen Flüchtlinge, die Romulaner. Haben die aber noch andere Planeten? Ja. Okay, weil das kommt immer so depper drüber, als wären sie irgendwie, ja, die haben nichts. Ja, zum Beispiel auf der Erde habe ich auch welche gesehen. Ja. Und auf diesem Planeten, der Vergessen heißt. Der hieß wirklich Vergessen. Vergessen. Das war da, wo sie den Typen da das Auge rausgenommen hatten. Achso. Ah. Und ich fand die Szene jetzt nicht so schlimm. Aber gut, ich verstehe schon, warum das ist. Nach dem Freund von Seven. Richtig. IJAB. Ah. Der ist aus Voyager. Ja. Das war aber nicht der gleiche Schauspieler wie früher. Okay. Okay, jetzt wollte ich gerade sagen, das sind so kleine Geschenke für Star Trek-Fans, dass die halt an mir vorbeigehen, aber das macht ja auch nichts. Aber das wäre natürlich schöner gewesen, wenn es der Original-Schauspieler gewesen wäre. Aber dieser Kumpel von Picard war doch bestimmt dann der, oder? Das war auch sowas. Q. Ja. Oder meinst du den nicht? Den Borg. Ja. Ja, genau. Den Ex-Borg. Ja. Der war, das war. Den Ex-Bi. Ja, genau. Das war der Original-Q aus dieser einen Next-Generation-Folge, wo er halt mal vorkam. Ja. Also, ich habe ja nicht mal die Next-Generation-Folge gesehen, in der Picard zum Borg wird. Was? Wie berühmt das sind? Den habe ich nie gesehen. Die fängt auch ganz komisch an. Ich weiß, dass er Locutus heißt. Ja, genau. Aber das könntest du jetzt gucken, weil das gibt es ja auch. Ey, aber das macht mich so fertig, dass die in der englischen Synchro, dass sie das D immer mitsprechen. Da halt, das tue ich mich ganz schwer, mich da dran zu gewöhnen. Weil sie halt nicht wissen, wie man Französisch spricht. Ja. Aber Patrick Stewart kann ja auch nicht Französisch. Ja, das ist okay. Der ist ja auch kein Franzose. Stimmt. Aber er trinkt Wein, wie ein Franzose. Wie ein dreckiger Französisch. Es gibt ja auch eine Folge, das ist die Folge, nachdem er von den Borg verschleppt wurde. Da kommt er nämlich auch auf die Erde, auf dieses Weingut. Und da ist sein Bruder Robert. Robert Picard. Genau, wollte ich gerade sagen. Und je nachdem, in welcher Szene das gerade ist, nennt Picard ihn Robert oder Robert. Ja. Ja, aber ich gucke das auf jeden Fall, weil irgendwie, ich habe den Eindruck, aber der ist vielleicht auch nicht besonders repräsentativ, dass irgendwie relativ viele, vor allem Star-Trek-Fans, nicht so zufrieden sind mit Picard. Aber ich bin gut unterhalten. Ich habe den Eindruck, dass viel mehr zufrieden sind als bei Discovery. Da war ich auch gut unterhalten. Discovery fand ich auch gut. Man darf halt nicht zu lange drüber nachdenken. Ja, und man darf auch nicht sich von diesem ganzen Drama, Drama, Drama. Das ist halt schon ein bisschen arg, gute Zeiten, schlechte Zeiten auch, aber das darf man halt alles nicht so. Und es war schon ein bisschen arg, wie auch der letzte Star-Wars-Film, dass man alles nochmal fünfmal übertreiben musste. Ja. Diesmal ist nicht nur die Galaxie in Gefahr, sondern das gesamte Universum. Und wir sehen am Ende 500.000. Und auch zwei Paralleluniversen auch. Am Ende ist das Multiversum. Genau. Und man sieht am Ende noch, dass 5000 Drohnen da kämpfen und was weiß ich. Das war schon alles so ein bisschen. Ja, aber halt unterhalten. Hauptsache Effekt. Aber das geht in der dritten Staffel, ne? Ja, ja. Da gibt es ja auch schon diese Short-Tracks, aber die gibt es in Deutschland nicht, weil man die nur im Web in CBS sieht. Aber die wird es dann wohl auch wieder auf Netflix geben. Wo für Michael dann noch alles verantwortlich ist. Weil in der ersten Staffel war sie ja quasi eine Außerwerte. In der zweiten Staffel ist sie auf einmal der rote Engel und so weiter und so fort. Ich mochte vor allem diese Imperatorin aus dem Spiegel-Universum. Die mag ich immer, wenn die auftaucht. Ja. Ist cool. Und Jason Isaacs war auch gut. Ja. Und der neue Captain war auch gut. Jason Isaacs ist gut. Ja. Ja. Ja.